Ich dachte du bist es dann auch Ich hab einmal gefickte Leute haben mich angeschlossen Und wir ohne uns die Läuf Was denkt der Typ sich denn? Die ist... Du kannst keine Flieger mehr haben In den Punkt K Was? Wo sind die Flieger hin? Manchmal fallen wir hier echt Er haut jetzt in sein ganzes Magazin da rein Scheiße Liege jetzt mal 3 Meter in die Luft Wer hätte das denn an Corona-Axis Junge Er ist gespielt und ich hab ihn gesnipet Und endlich ist es richtig nett Nein, ich will mich nicht auflehnen Du Drecks-Hacker Junge, was hast du für Scheiß Probleme? Ruf auf A Und da wird die so umi ausgepackt Au Er hat einen Kill gemacht Er hat uns alle killen können Ja, aber er hat die vor allem so kackt verkackt Gibt schon den A drin Finde ich auch Wir haben gar nicht gecheckt gelegt, ne? Ich hab noch einen Kill gemacht, juhu Wir sollten auch welche drauf geben Wer ich will Na klar Habt ihr eben die Präsentation gesehen? Ja, klar War nice, oder? Also der Modus ist richtig nice und geil inszeniert Die sind alle mit einem Mister gegen die D-Free-Känten Also hei Ja Ich natürlich, guck dir meinen Skill an Oh ja Unfassbar Soll ich eine Manne stärke? Hey, ich hab einen Kill gemacht Sehr schön Geht schon den A drin Also es macht schon fun mit dem Ding Leute weg zu holen Weil die laut ab und gelasert werden Vor allem auf Distanz aber Was ist denn hier schon wieder los? Alle tot hier Die sind immer noch weg hier Ja Ja, schwierige Sache Ich werde vielleicht maximal zweckel drauf Mann Ich hab mich so gefreut Ja Ich finde ich dir vorher die Kills noch klau Ja, ich hab doch gesagt, zwei Leute Haben oder nicht haben Dafür haben wir jetzt die A-Safe Auto Ich mein das voll ernst Ich find das auch schön, das Land ne Und die sprechen da alle Deutsch Deutsche Kultur Was will man mehr? Es ist Tirol Deutschland, ne ne? Nein, Italien Südtirol Achso Aber die sprechen Deutsch Deutsche Kultur Selbst in den Schulen wird auf Deutsch Unterricht gemacht Was will man mehr? Ja Blöde Flares, geh weg deine Was war denn deine Mission? Was war denn deine Mission? Rein in den Graben Rein in den Graben Statt zu nehmen Franzi Franzi ist eh Roman Er ist wirklich eh Okay Okay Ja warte ich Ich schau mir noch das Sprektakel von oben an Ich seh Ich seh ihr setzt Prioritäten Die waren random drin haben als du nicht Ne, das waren viele Ne, das waren viele Er ist ein Treffen Ja Wenn man treffen kann jetzt die schon ordentlich Ja, aber das können ja die wenigstens Ich seh's dir nicht Also na klar Sie haben gesagt Die Rösschen muss aber Aua Ja, okay Was überheben so was Okay, stehst du mal 20-20 Kann man ja mal machen Ich bin mal raus, tschüss Das Thema wird uns niemals verlassen Eines der treuesten Mitglieder Ah, ah Ah Ja du kleiner Mit der Grease Gun holt er mich Mit der Grease Gun Ah Wie kann er mich denn mit der Grease Gun holen? Hä? Ja, einfach auf die schießen, oder? Nee, aber die war doch nie so OP So? Und er wird proteger lassen sich Nee, zieh nieder Na Er ist hier frei von der Zombie macht so schwarz Oh Nein Wie konnte ich nicht gerecht? Ich hab dich gerecht Aua Wieso? Och man Ich bin so gut durchgepusht Wie konnte ich mich denn killen? Eul Alter, ist das sweaty Ja Ich hab dich Ha 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 Das ist eine Irgende Er hat ja gar keine Steps Geh doch weg mit dem Stubb TASCHENLAMPE 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 Da wo der jetzt gerade lang ist, da hoffen wir alle im Kram Oh mein Gott, der ist fein, die will Nichts nicht Hehehe Jo, was drückt der durch? Schreck mich doch nicht so, ey Hey, wo ist er? Höh, ich bin so verwirrt Hey, liegt hier! Noch einer! Die wachsen wieder aus dem Boden raus, wie Pilze, ungeziehter Wahnsinn Ui Nein, nein, nein Bei B rumliegt man ein bisschen flassen, das ist gar nichts Aber sie wollen doch B einnehmen Aber erstens müssen wir A verteidigen Dann wird das mit A nix, dann wird's auch nicht echt Ja, lass ich mich noch killen Ich nehm D ein Da ist ein Gegner Ich seh's Boah, Junge Noch einer von rechts Vor dir, Fenris Was ist da? Ah, die sind noch über das Sniper und Heilige Was gibt hier alles gerade, ey? Von rechts Von vorne Von vorne Von vorne Von vorne Von vorne Von rechts Von rechts Jemand Wo ist er? auf der treppe mmg und ist ein bisschen wir kommen keiner hier mehr als schott kam kommt noch einer von oben rechts danke das hört man immer wenn er leute makro schießen mit der pistole es kommen welche und hier also hier ich habe jetzt vernichtung von hausweg island solomon islands und was damit nämlich noch die m1 1 ist aber genau die gewacht für die ja genau auch gut und wenn wir kommen muss sie mit pistol spielen auf die range bei den leon und nicht mehr so mein Internet ist tot Prozent Prozent und dann auch hier 500 Leute um mich in der Verstattung und rüber aber er hat er jetzt hätte voll 9 er war auch machen ein Jahr in den Einbau der Anzeige nicht machen wollte geschafft Ja, ja. Aber immer, ich muss den einen hier noch kicken. Was? Kommt einer in die Treppe hoch? Hehehe. Boah. Also Marius, der macht den mehr als nur, kommt gar nicht geschehen. Macht der jetzt hier Spawn Raid auf uns, oder was? Ja. Aaaaaaah! Leon! Hey! Ich treff dich! Wie schreien alle so sehr gerade? Ey, was ist los? Das ist so ganz, das ist so ganz, das ist so ganz, das ist so ganz. Das sind immer ganz voll die BOTS-Situation. Das sind immer ganz voll die BOTS-Situation. Das war gegen die nicht. Ich wollte gerade sagen, dass ich daran erinnere mich, dass ich gerade nach dem ersten Schatz überall hin gebounced und dann hat sie keinen Zentimeter mehr mehr sich bewegt. Ne, ich glaube das war sogar ein Animations-Geräusch. Die Rakete an mir vorbei fliegt, aber ein Blatt noch hängen bleibt im Baum, und nicht fehlt. Oh, man wird nur abgeknallt, wenn man aus der Spawn kommt. Es ist halt, es ist ein Krieg. Muss man in dieser Ressensweise auch gut gehen. Ciao! Einmal durchgefrext hier. Und schon haben wir es hier wieder. Ey, Leon ist echt... Hey, ihr hört nur noch so viele Steps, ey. So viele Steps. Ach, shit. Was ist hier alles? Ah, fuck! Das ist ja so viel von euch. Danke, Delva. So viel von euch. Hä, die haben wir bitte A geholt. Ja. Die TPLer irgendwie ihr Bestes geben. Ne, glaube ich auch noch. Also... Mario ist der Erste! Hä, was? Ja. Auf dich. Also nur auf dich. Habe eingeschmüllt. Wahnsinn, cool, Leute. Sehr cool, Mann. Sehr cool, Mann. Danke, Mann. Du, ich schätze so kleine Details, das passt schon. Wow! Ich hab mich schon gemacht. Haha! 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 Hä? Das ist so funny. Mit dem Rückstoß... Noll, Drilling von hinten. Das ist noch was. Also wirklich Bennett. Das sind ganz viele Bennett. Stopp. Ja, ich hab zwei gehört, aber nur rechts und nicht links. Das war ein Bennett nur in der Ecke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und da ist noch was bei B und hier ist noch was. Also wirklich. Ach, fucktache. War drauf, hä. Das gibt's nicht. Sorry. Was macht man? Nachladen, Alter. Das ist so behindert, ey. Diese Nachhaltigkeit. Der kennst du nicht. Das kenn ich. Wie? Ich dachte, das hat jeder Wettbewerbspieler. Das ist völlig normal. Puh. Mann, ey. Was ist denn mit euch kaputt? Ich weiß auch nicht, was gerade bei mir los war, Mike. Ich bin einfach stehen geblieben. So viele Drogen. Die kommen zum AB. Oh Mann. Oh Mann. Du hast nicht. Also im Ernst. Sorry. Ich hab dich besiegen. Sorry. Lügen kann man auch noch, Alter. Komm schon. Hol' ihn dir, hol' ihn dir, bitte. Puternässe. Ja, machen. Da ist was im Haus. Friedrich, Alter. 1907. Ja, die kann ich, die kann ich, und MG42, das krieg ich auch noch hin. Ja, 1900 halt, ist da der Burscht. Hauptsache irgendwas mit 19. 19 mit 19 halt, ich spiel 19. Ich spiel die 1911. Junge, du hast so einen Lack, dass ich dich getroffen hab. Dema, machen wir doch einfach 1911 only. Cool. Kannst du mit dem Game als Iwitz to Robo kicken und run, alter? Ja, bitte win! Ich kann gar nicht haben, wenn Leute zuerst halten, ich smoke und dann sie durchzupfen. Ich wusste wohl, dass du D war. Ja, das war D war. Ja, crazy. Ihr habt ihm ja verboten, richtig zu spielen, also. Ja? Alter, sag mal! Was ist mit euch? Das gibt's über 19, top 20. Ja.